Cannabis soll legalisiert werden. Liebe Zuschauer, wie stehen Sie denn eigentlich dazu? Sie haben abgestimmt auf unserer Instagram-Seite und können das auch nach wie vor tun. Cannabis-Legalisierung, ja oder nein? Wir schauen mal rein, wie das aktuelle Ergebnis aussieht. Und da sieht man ganz eindeutig einen Hang zu dagegen. Die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland kann aber trotzdem kommen. Gestern hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach beschlossen. Die Pläne sehen vor, Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen zu streichen. Und damit wäre es ab 18 Jahren eben erlaubt, 25 Gramm zu besitzen. Damit soll die Kriminalität eingedämmt und Gesundheitsgefahren reduziert werden. Ob das zusammenpassen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Arzt und Toxikologen Dr. Thorsten Binschek-Dommers. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mal grundsätzlich, so Ihr Bauchgefühl zur Legalisierung von Cannabis. Mein Bauchgefühl geht eigentlich mit meiner Erkenntnis d'accord. Ich denke, dass die Effekte, die hier angestrebt werden, so wahrscheinlich nicht eintreten werden. Das wäre ja zum einen, dass es zu einer Abnahme des Cannabiskonsums kommen soll, dass es zu einer Entkriminalisierung der Cannabis-Verteilung und des Cannabiserwerbs kommen soll. Ich denke, dass diese Ziele kaum oder unter Umständen gar nicht erreicht werden. Das wird dann aber die Zukunft zeigen, sobald dieses Gesetz umgesetzt ist und eben entsprechend danach gehandelt werden kann. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, das kann helfen und das ist wichtig und muss irgendwie umgesetzt werden. Für mich passt das eben gar nicht so richtig zusammen. Der Wunsch nach einer Verbesserung, was den Drogenkonsum angeht und dann eben gleichzeitig die Legalisierung. Karl Lauterbach selbst hält aber die Gesundheit da ganz hoch. Wir hören mal rein. Wir werden daher bei Kindern und Jugendlichen, auch bei jungen Erwachsenen, eine ganz andere Aufmerksamkeit für die schädliche Wirkung von Cannabis in der Altersgruppe, insbesondere der unter 25-Jährigen haben. Das gesamte Thema wird enttabuisiert. Enttabuisiert durch Legalisierung bzw. zu sagen, man klärt die Jugendlichen noch besser auf, indem man es legalisiert, das ist doch Quatsch, oder? Nein, ich denke, der Ansatz, da möchte ich widersprechen, ist schon nachvollziehbar aus medizinischer Sicht. Herr Lauterbach ist ja auch Mediziner. Wir müssen aber dazu sagen, wenn wir uns mal darauf fokussieren, wer sind denn die Leute, die wirklich mit Cannabis Probleme entwickeln? Das sind Leute, die deutlich jünger sind als 18 Jahre. In Berlin ist üblicherweise, ich sage mal, der typische Kiffer, das heißt der Intensivkonsument von Cannabis, eher männlich und eher 14 und nicht 18 oder 25. Und diesen sehr jungen Leuten sind die Gefahren ihres Konsums durchaus im Prinzip bewusst. Sie ignorieren diese Gefahren. Also ich melde deshalb Zweifel an, ob eine Kampagne, die auf Aufklärung und auch ein Stück weit, so klingt es zumindest für mich, auf so ein bisschen Respekt und sei vorsichtig, es ist gefährlich, setzen, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Wir wissen, dass aus der Drogenarbeit Leute, die älter als 14 sind, also Heranwachsende, können sie mit Angst machen, nicht mehr an einem bestimmten Konsumverhalten hindern. Jetzt sehe ich natürlich, also eine Kampagne finde ich gut, aber das Legalisieren würde mir jetzt eher die Angst vor einer Substanz nehmen. Also ich habe dann eher das Gefühl, dann kann es ja wirklich noch weniger schlimm sein. Und wir wissen ja, dass es wenn überhaupt für Jugendliche besonders schädlich sein kann. Ja, das ist auch völlig richtig, was Sie sagen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der hier tatsächlich ignoriert wird. Ich habe das mal mit Montessori-Schülern mit synthetischen Cannabinoiden erlebt, die noch nicht Betäubungsmittel waren, weil die sehr neu waren. Und dann habe ich die jungen Leute gefragt, warum sind die denn erlaubt in Deutschland? Und die Antwort war, die sind harmlos, weil der Staat hat die getestet. Sie sind harmlos und deswegen sind die erlaubt. Genau das, was Sie sagen, dieser Fehlschluss, der Staat legalisiert und erlaubt etwas, bedeutet für den normalen Menschen, okay, dann kann das nicht so schlimm sein. Und Herr Lauterbach, muss man hier leider feststellen, widerspricht sich da in gewisser Hinsicht, wenn er sagt, es ist etwas sehr Gefährliches, das hat er ja auch express des Verbes gesagt, aber wir legalisieren es, wo man sich eben tatsächlich die Frage stellt, wie soll das zusammenpassen? Die Frage ist genau diese, wie kann es funktionieren? Jetzt muss man sagen, in anderen Ländern funktioniert es ja augenscheinlich. Biene J. schreibt auf unserer Seite, sie ist dafür, also für die Legalisierung, die Schweiz, Italien, Holland und Co. machen es ja vor, dass es funktioniert. Wie ist da Ihre Einstellung? Gerade Holland habe ich eher im Kopf, dass die ja wieder so ein bisschen zurückdrehen, oder? Das tun die definitiv und das tun sie aus mehreren Gründen, denn jeder, der schon mal Amsterdam besucht hat, weiß, dass wir dort eine offene Drogen- und Dealer-Szene haben und diese Dealer bieten ja eben nicht nur Cannabis an. Die wissen, Cannabis bekommt der Tourist im Coffeeshop, aber Dinge wie Kokain oder andere tatsächlich härtere Drogen hat der Dealer eben zur Verfügung. Und wer schon mal die Bereitschaft hat, Cannabis zu konsumieren, hat vielleicht auch, und das ist so eher die Bereitschaft, auch mal andere Dinge auszuprobieren. Das bedeutet, es hat eben mitnichten dazu geführt, dass wir weniger Konsum in den Niederlanden haben. Und die Europäische Union sieht, dass die sehr liberale Drogenpolitik der Niederlande schon seit Jahrzehnten äußerst kritisch, und das hat eben genau dazu geführt, dass die Niederlande jetzt ein Stück weit die Sache zurückdrehen, auch zurückdrehen müssen. Ein Argument, das immer wieder kommt, ist, ja, aber Alkohol zum Beispiel, warum verbietet man dann kein Alkohol? Klar, das ist eigentlich gerade nicht das Thema. Trotzdem, um einmal dieses kleine Gefäß aufzumachen, was sagen Sie denen, die eben ein Verbot aller Drogen fordern, inklusive Alkohol, oder eben sagen, das müsste man vergleichen, dann kann man Cannabis auch legalisieren? Ja, dazu kann man folgendes sagen, das ist ein uraltes Argument natürlich. Wir haben definitiv mit Alkohol ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist so. Aber die Frage stellt sich, wenn wir das nun schon haben, wird es uns dann helfen, wenn wir ein weiteres Problem da oben drauf packen oder ein bestehendes Problem vergrößern. Das bedeutet, wenn etwas schiefläuft, ist das schwer ein Argument dafür zu sagen, dann lassen wir was anderes doch auch noch schieflaufen. Denn das neutralisiert sich ja nicht. Und natürlich, in einer wunderschönen Welt gäbe es gar keine Drogen, aber in der leben wir leider nicht. Und Drogen gehören zur menschlichen Existenz schon seit Anbeginn dazu, das wissen wir heute. Sagt Arzt und Toxikologe Dr. Thorsten Binschek-Dommers. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Ich höre Ihnen sehr gerne zu und gehe absolut d'accord. Und bin ganz gespannt, wie Sie das sehen, liebe Zuschauer. Gerne noch weiter abstimmen auf unserer Instagram-Seite. Da ist eben dieses kleine Abstimmfältchen noch online geschaltet. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost. 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 Vielen Dank.